Hallo und herzlich willkommen bei DWS online. Mein Name ist Jens Gewinnus und ich möchte Ihnen das Seminar zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht empfehlen. Thematisch geht es in erster Linie um die neue steuerliche Förderung zur energetischen Gebäudesanierung. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Wer bekommt die überhaupt? Welche Maßnahmen werden ganz konkret damit gefördert? Aber auch um die neuen Regelungen zur Pendlerpauschale, also zur Entlastung von Fernpendlern und eben Stichwort Mobilitätsprämie. Darüber möchte ich Sie in diesem Seminar unterrichten und würde mich freuen, wenn Sie einschalten. Vielen Dank.